Wir sind hier! Wir sind laut! Halt hier oben, wir sind laut! Der Ausstoß von Treibhausgasen ist die Hauptursache für die globale Erderwärmung. Der Klimawandel steigert sich vom Tragen in einen Gallen. Klimakatastrophe, ich bitte nicht mal von Krise reden. Zwangsabgaben auf der einen Seite, Umweltsäure auf der anderen. Immer mehr Bürger ärgern sich darüber, was mit ihren Rundfunkgebühren angestellt wird und fragen sich, was kann man dagegen tun? Dasselbe fragen sich viele Menschen, die von Sperren auf Facebook oder anderen sozialen Medien betroffen sind. Darüber möchten wir heute sprechen mit Joachim Steinhöfel. Der Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel zählt zu den bekanntesten Medienrechtlern der Republik. In den 90ern vertrat er die Elektronikfachmarktkette Mediamarkt und trat auch gleich in deren Werbespots auf. Zum Beispiel so. Hallo Eisprinzessin, zeigst du uns mal dein Schnäppchen? Gut, dass wir verglichen haben. Ich bin doch nicht blöd. Das denken sich wohl auch immer mehr Gebührenzahler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zuletzt zum Beispiel deswegen. Die umstrittene Kinderlied-Adaption des Westdeutschen Rundfunks mit der Liedzeile. Meine Oma ist ne alte Umweltsau. Ist das noch Satire oder kann das weg? Es kann weg, befand schließlich auch der WDR höchst selbst. Angesichts eines Sturms der Entrüstung. Doch ist damit alles wieder gut? Was sie tun können, um gegen den Missbrauch ihrer Gebührengelder zu protestieren. Und wie es um die Meinungsfreiheit im Internet bestellt ist. Wo er zahlreiche Verfahren gegen Sperrungen in sozialen Medien führt. Das und viel mehr hören und sehen Sie jetzt. Im JFTV-Interview mit Joachim Steinhöfel. Herzlich Willkommen, Herr Steinhöfel. Die Umweltsau im WDR hat zwischen Weihnachten und Neujahr für einige Furore gesorgt. Das ist nun einiges her. Nichtsdestotrotz nochmal zurückgeschaut. Wie haben Sie das empfunden, als Sie es zum ersten Mal gesehen haben? Der WDR markierte das ja als Satire. Was war Ihre persönliche Meinung dazu? Die Satire ist ja zwischenzeitlich gelöscht. Was ja eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, wenn es Satire ist. Und ich finde die Löschung auch insofern eigenartig. Einerseits nimmt man da Rücksicht, in Anführungsstrichen, auf die Hörer, die sich empört haben. Was ja ganz was Neues ist, weil das ja sonst häufig nicht geschieht, wenn sich die Leute über irgendetwas empören. Auf der anderen Seite dient ja auch das Aufbewahren in der Mediathek gewissen Dokumentationszwecken. Es ist ja kein rechtswidriger Inhalt. Viele Leute haben mich angeschrieben oder andere. Kann man da Strafanzeige erstatten? Das ist natürlich Unsinn. Das verwirklicht keinen Straftatbestand. Das ist mehr ein PR-Desaster für den WDR. Nicht nur, dass es diese Aufführung gab, sondern auch die Art und Weise, wie danach damit umgegangen wurde. Und wie dann der Redakteursausschuss darauf reagiert hat. Also ein Fiasko, über das man sich eigentlich nur freuen kann, wenn man Gegner der öffentlich-rechtlichen Anstalten in ihrer aktuellen Verfasstheit ist. Und über das man traurig sein muss, wenn man Mitarbeiter dieser Anstalten ist und dort sein recht bekömmliches Auskommen bestreitet. Sie haben es schon angedeutet, die Debatte, die dann entstanden ist, hat gezeigt, es war vielleicht so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es gibt ein wachsendes Unbehagen über die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen. Viele Leute werfen den Medien Einseitigkeit vor. Nehmen Sie das auch so wahr? Ja, Sie haben mich eben ja noch gefragt, wo ich das eigentlich wahrgenommen habe, diese Umweltsaugwut. Ich war 10.000 Kilometer weg und habe auch da nicht oder sehr, 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 sehr selten öffentlich-rechtliches Fernsehen oder den WDR geschaut. Weil meine Informationsquellen, ich schaue mal, was die Tagesschau sendet, das Heute-Journal. Aber nicht, weil ich die Sendung für so unbedingt zwingend halte. Teilweise gibt es da sicherlich sehr gute und guten Journalismus, gute Berichte. Mir geht es aber beim Anschauen dieser Sachen in erster Linie darum, was wird der breiten Bevölkerung als Neuigkeit und Berichtenswert übermittelt? Erstens. Und zweitens, in welchem Maße geschieht dies nicht berichterstattend, sondern kommentierend? Nachrichtensendungen unterscheiden sich ja von, es gibt ja in den Tagesthemen beispielsweise den explizit als Kommentar gezeichneten Teil, gekennzeichneten Teil. Manchmal ist es aber so, dass die ganze Sendung ein einziger Kommentar ist, der aber nicht gekennzeichnet ist. Und die Art und Weise, wie dort oft durch Nuancen, durch Wortwahl, Tendenzen, politische Tendenzen, ich hätte beinahe gesagt in die eine oder andere Richtung, in die eine Richtung sollte man richtigerweise sagen, deutlich werden. Das interessiert mich, weil das eine nach wie vor wahrscheinlich wichtigste Informationsquelle ist für den normalen Bürger, der ein normales politisches Interesse hat. Und wie er informiert wird und was ihm dort vermittelt wird und was nicht. Oder wie Dinge, die wichtig sind, dargestellt werden. Und die kann man dann ja vergleichen mit ausländischen Medien. England, die USA. Es gibt ja im englischen sprachigen Raum enorm weite Medien bis nach Japan und Australien, Neuseeland, hauptsächlich aber USA und England. Da kann man unterschiedliche Rezeptionen feststellen. Die Schweizer Medien sind das Neue Westfernsehen, heißt es ja auch. Also die Neue Zürcher Zeitung, die Weltwoche, Basler Zeitung, die jetzt den Besitzer gewechselt hat allerdings. Da kann man schauen und dann guckt man, was sagen Herr Kleber dazu oder die anderen Kollegen von ihm. Und dann gewinnt man einen Eindruck davon, wie ist diese Berichterstattung oder sind diese Nachrichtensendungen zu bewerten im internationalen Kontext. Und wie fehlt dann Ihre Bewertung aus? Vernichtend würde ich sagen. Ich sagte schon, es gibt natürlich da sehr guten Journalismus. Es gibt in den öffentlich-rechtlichen Anstalten sehr, sehr gute Sendungen. Ich meine, die Sendung mit der Maus ist vielleicht jetzt nicht gerade das. Also ich liebe das. Wunderbar. Es gibt ganz Käppenblaubeer. Ich habe Stofftiere, Käppenblaubeer, heimblöd. Auf meinem Handy ist heimblöd. Wunderbar. Großartig. Es gibt da ganz, ganz tolle Sachen. Es gibt tolle Naturfilme. Es gibt Arte, tolle Produktionen. Also wirklich herausragend gute Sachen. Das ändert aber nichts daran, dass die Glaubwürdigkeit enorm gelitten hat. Und das hat, glaube ich, seit 2015 natürlich wegen der Flüchtlingskrise noch mal massiv zugenommen. Das wurde ja teilweise eingeräumt. Dass dort eine Berichterstattung stattfand, die nicht alle Seiten der politischen Medaille zeigt, sondern in einem Akklamationsrundfunk ist das Ganze umgeschlagen. Der einen an politische Systeme manchmal teilweise zu erinnern scheint, der mit einer freien demokratischen Grundordnung, die breit gefächert unterschiedliche politische Positionen berichtet, nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Die Tendenziosität in den Nachrichtensendungen ist enorm. Nehmen wir das Beispiel Trump, den man nicht gern haben muss. Ich bin auch kein Fan von Trump. Ich bin jemand, der schaut sich an, was sagt er, was tut er. Er sieht komisch aus, die Krawatte ist immer zu lang. Er benimmt sich unmöglich, häufig. Seine Tweets, was ist denn das für eine Kommunikationsform? Aber das spielt ja alles keine so entscheidende Rolle. Entscheidend ist, welche politischen Entscheidungen trifft er, für welche Positionen steht er und wie reagiert die deutsche Medienlandschaft darum. Es gibt einfach nur einmal ein einziges hysterisches Schrein. Denn beispielsweise ist die Arbeitslosigkeit junger Afroamerikaner auf dem niedrigsten Stand, seit das gemessen wird. Die haben fast Vollbeschäftigung, die Löhne steigen. Das sind alles positive Daten. Davon hört man gar nichts. Aber wenn er dann irgendwo wieder irgendetwas tweetet, was keinerlei Auswirkungen hat, manchmal hat es das, manchmal aber auch nicht, dann stehen sie alle Gewehr bei Fuß und schreien Zeta und Mordio. Das ist einfach lächerlich und kein Journalismus. Sie haben gerade einige Beispiele genannt, unter anderem die Flüchtlingspolitik 2015. Aktuell die Berichterstattung zum Klimathema. Im vergangenen Jahr ist, glaube ich, in den Öffentlich-Rechtlichen keine einzige Dokumentation erschienen bei Dutzenden zu dem Thema, die sich mal kritisch mit diesen Hintergründen beschäftigt hätte. Nun sollen ja die Öffentlich-Rechtlichen die Gesellschaft in Gänze widerspiegeln. Wo ist denn da die Grenze erreicht, wo man als Bürger vielleicht auch die Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen, wenn es in die von Ihnen gerade und auch von uns oft thematisierte einseitige Richtung geht? Lieber Pino, wenn Sie mir einen Satz zur Klimasache noch erlauben, was in den neuen Medien stattfindet, dort wird ja ständig behauptet, 97 Prozent, vielleicht sind sie auch mittlerweile schon 105 Prozent, man glaubt das manchmal, alle Wissenschaftler sind einer bestimmten Überzeugung. Jeder, der daran Interesse hat, sollte sich einfach mal an seinen Rechner setzen und versuchen herauszufinden, worauf diese Behauptung eigentlich beruht. Ich will das gar nicht erzählen, es gibt einen sehr schönen zweiseitigen Artikel in der Weltwoche dazu, der sich mit der Studie befasst und kann sich dann über die Wahrheit oder Unwahrheit dieser Zahl, die in den Nachrichtensendungen beider großen Sender ununterbrochen wiederholt wird und auch von der Bundesregierung befassen und dann einmal eine Meinung bilden, ob diese Zahl stimmt oder ob das Fake News sind, dass es nur so kracht im Garton. Diese Zahl ist ein wissenschaftlicher Unfug sui generis und wird trotzdem in den Nachrichtensendungen für unser Geld jeden zweiten Tag wiederholt. Was kann man als Bürger dagegen tun? Wenig. Alle Klagen gegen die Gebühr als solche sind vollkommen aussichtslos. Ich kriege regelmäßig Anfragen, ob ich da jemandem helfen würde. Das wird vor einem deutschen Gericht wohl auch aus rechtlichen Gründen keinen Erfolg haben, auch vor dem Verfassungsgericht. Völlig aussichtslos, Zeit- und Geldverschwendung. Man belastet nur die Justiz mit Klagen, die niemals Erfolg haben werden. Wenn man schon vor Gericht keinen Erfolg haben dürfte mit der Verweigerung der Zahlung, dann kann man doch als Nutzer, der relativ chancenlos ist, da irgendwie etwas gegen die Gebühr als solche zu machen sein, einen Unwillen deutlich machen. Ich würde aufhören, die Lastschrift zu den Lasten meines Kontos laufen zu lassen und würde dann schriftlich, kann man auch per E-Mail machen, Barzahlung anbieten. Dann schreiben die. Und das ist schon wirklich impertinent. Müssen wir nicht? Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat ja 2017 entschieden, dass das nicht geht. Es gibt allerdings einen Beschluss vom Bundesverwaltungsgericht, also dem übergeordneten Gericht, das auch die niedere Entscheidung aufheben kann, aus 2019, also zwei Jahre später. Doch, das geht. Diese Entscheidung ist zwar nicht rechtskräftig, weil das Bundesverwaltungsgericht die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat, aber das ist die Rechtshaltung des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts. Also die müssen Bargeld annehmen. Und in Kenntnis dieser Entscheidung, dem Gebührenzahler einen Brief zu schicken, mit einer zwei Jahre davor ergangenen Entscheidung eines niedrigeren Gerichts und zu sagen, müssen wir nicht, ist eine Unverschämtheit. Ja, wenn Sie, liebe Zuschauer, auch unzufrieden sind mit der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien, dann finden Sie all das auch nochmal schriftlich auf der Internetseite steinhöfel.com und dort ein paar Anregungen, wie Sie sich dagegen zur Wehr setzen können. Apropos, sich gegen etwas zur Wehr setzen, das bringt uns zu unserem zweiten Themenkomplex, nämlich dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dessen Folgen in sozialen Medien. Wir haben mit Herrn Steilhöfe schon mal einen Film dazu gemacht, das war im Jahr 2017, vor Inkrafttreten des NetzDG. Damals haben Sie sehr eindringlich gewarnt vor diesem Gesetz. Jetzt in der Retroperspektive, mit einigen Abstand und den Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre, ist es so schlimm geworden, wie Sie damals befürchtet haben? Na, es hört sich jetzt schön und dramatisch und plakativ an, wenn man sagt, schlimmer. Aber es ist schlimmer, als ich mir hätte vorstellen können und ich kann auch begründen, warum. Ich habe ja immer von digitaler Massenvernichtung freier Rede gesprochen. Jetzt müssen wir von automatisierter digitaler Massenvernichtung freier Rede sprechen. Ein Beispiel, Facebook hat vor Gericht eingeräumt in den Schriftsätzen ihrer Anwälte, dass sie automatisiert einen Link zu einem Artikel des Nachrichtenmagazins Fokus löschen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Artikel war, da war nichts rechtswidrig drin, hätte ja theoretisch sein können. Das ist ein rechtswidriger Inhalt, vor allem war es nicht. Es war irgendwas über Libyen und eine Warnung des dortigen Regierungschefs. Spielt auch keine Rolle, war von der Meinungsfreiheit ohne jede Frage gedeckt und es war in einem seriösen deutschen Nachrichtenmagazin. Automatisiert gelöscht, wer das auch immer gepostet hat. Rums ist es rausgeflogen. Was ebenfalls passiert, und zwar, ich weiß es positiv, in einer Sache haben wir bereits ein gerichtliches Verbot erwirkt gegen Facebook, dass bestimmte Namen, die auf irgendeiner Liste bei Facebook stehen müssen, gelöscht werden, automatisch, und zwar egal, in welchem Zusammenhang man sie erwähnt. Was für Namen sind das, will ich fragen? Tommy Robinson und Martin Sellner. Aber es sind beides eher auf der politischen Rechten angesiedelte Personen, der eine ist bei den Identitären in Österreich, man nennt das umstritten und kontrovers, spielt aber gar keine Rolle. Ich bin hier, um zu sagen, den Namen muss man nennen dürfen. Man kann ihn ja kritisieren und sagen, ein übler Rechtspopulist und Hetzer, dieser Sellner. Das geht auch nicht, der Name fliegt raus. Das muss man sich mal vorstellen, das sind Orwell'sche Zustände, das sind Geschichten, da bleibt einem die Spucke weg. Kann ich nachfragen, das können Sie belegen? Ja, ja, ich habe ja in einer Sache bereits eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirkt, mit einer langen Begründung des Landgerichts Berlin, warum das nicht geht. Mit Sellner ist es genauso, eindeutig, dass diese Welle läuft gerade. Es gibt vielleicht noch mehr, von denen ich noch keine Erfahrung habe, ich werde mich auch in dieser zweiten Sache bemühen, auch dort eine einstweilige Verfügung, nicht pro Person, sondern gegen die Löschung eines Namens, egal in welchem Zusammenhang sie erwähnt wird. Das geht nicht. Niemals geht das, egal ob man bei der Antifa ist oder bei irgendeinem Wehrsportkoffer Hoffmann, wenn es diese Irre noch gibt. Die Antifa ist auch Irre, damit wir schön ausgewogen bleiben. Es ist vollkommen egal. Man muss sie nennen können, um sie zu loben, zu kritisieren, zu bewerten. Und einen Namen zu eliminieren. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Darf ich mal, um ein bisschen Gefühl zu bekommen, welche Ausmaße das hat, wie viele Fälle haben Sie da in den letzten anderthalb Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes vertreten? Mir geht es nicht so sehr um die Quantität, sondern mir geht es darum, besonders repräsentative Fälle zu gewinnen, die auch eine möglichst große Aufmerksamkeit erlangen. Zum Beispiel der Fall, dass die ARD-Serie entweder Broder, die Deutschland-Safari, die den bayerischen Fernsehpreis gewonnen hat mit Broder und Hamid Abdelzamat als Hassrede gelöscht wurde. Das hat Facebook noch verteidigt mit der Begründung, ja, Broder, dessen Eltern Holocaust-Überlegende, Auschwitz und Buchenwald haben seine Eltern überlebt, ausgerechnet Broder würde den Holocaust verharmlosen und dessen Opfer verspotten. Das hat Facebook durch seine Anwälte in Schriftsätzen vorgetragen. Haben sie verloren, haben das dann anerkannt, aber da bleibt einem ja die Spucke weg. Durch solche Fälle erregt man Aufmerksamkeit. Es gibt Anwälte, die laufen los und dann bezahlt das die Rechtsschutzversicherung und dann wird da irgendwas, die Heuschrecken kommen und überfallen unser Land, also so Inhalte, die an der Grenze von Volksverhetzung. Solche Fälle suche ich nicht. Da wird zwar auch die Meinungsfreiheit verteidigt an dieser Grenze, aber der erste Schritt muss sein, dass man diese Rechtsprechung etabliert. Facebook, Twitter, YouTube dürfen nicht löschen, wenn die Inhalte durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, vereinfacht gesagt. Wenn man das etabliert hat, fängt man dann die Grenzen auszuloten. Wie läuft denn so ein Fall ab? Also angenommen, hier wird gesperrt bei Facebook, wo auch immer, 30 Tage. Was sollte derjenige dann tun? Und wie läuft dann aus Ihrer Perspektive so ein Vorgang ab? Facebook ist der uneinsichtigste Player, den ich kenne und man kann da nur mit sehr großer Härte und muss da auch mit sehr großer Härte vorgehen. Das Normale ist, man wird gelöscht. Kann ja auch berechtigt sein. Es ist ja nur nicht so, dass bei Facebook nun Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Da sind ja auch Inhalte, die sind unterirdisch. Man hat das in der Sache gegen Kühnast gesehen. Das ist ja unglaublich, was da teilweise auftaucht. Einiges ist erlaubt. Pädophilen-Troller darf man sie nennen in dem Kontext. Ohne weiteres, wer Kinder, Sexualität mit Kindern, solange keine Gewalt im Spiel ist, das war der Kontext, billigt, muss sich extrem harte Kritik gefallen lassen. Ich muss jetzt nicht die Vokabeln wiederholen, die ich glaube, die nicht mehr durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind. Da war dann teilweise deutlich zu viel. Das muss natürlich alles gelöscht werden. Aber wenn man was Normales gesagt hat, zum Beispiel Namen einer Person genannt hat und der wird nur deswegen gelöscht oder Henrik M. Bohr, das ARD-Serie, dann schreibt man eine schnelle Beschwerde auf dem Interface, sagt, meine Äußerung ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt, schalten Sie wieder frei bis morgen, gib eine Uhrzeit an und reicht die Beschwerde ein. Da wird relativ schnell entschieden. Das ist immer der erste Schritt, den kann man selber machen. Und wenn das dann nicht geschieht, dann kann man loslegen. Und wenn ich davon Kenntnis erlange, es gibt ja auch noch diesen Fonds Meinungsfreiheit im Netz, der die Kosten für solche Sachen übernimmt, aber nicht viele und es soll sich nicht jeder melden. Und der Fall muss auch passen und das Profil muss auch passen. Wenn da irgendwelche wild gewordenen Extremisten glauben, sie haben jetzt einmal was gesagt, das nicht hätte gelöscht werden müssen, dann sucht man sich lieber jemanden, der etwas moderater in seinem Gesamtauftritt ist, als Präzedenzfall, um diese Sachen durchzusetzen. Dann wird Facebook abgemahnt, da kommt höchstens mal bla bla. Und dann wird ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Wohnsitzgericht gestellt. Also immer nur da, wo derjenige wohnt. Da gibt es Gerichte, die sind dafür hervorragend geeignet und Gerichte, wo man sagt, vergiss es. Mein Wohnsitzgericht ist leider denkbar ungeeignet, Hamburg. Aktuell sind da Entscheidungen mir bekannt geworden, die ich rechtlich für schwerwiegend fehlerhaft halte. Der Sache müssen wir uns dann etwas später annehmen, wenn wir bei vielen anderen Oberlandesgerichten diese Sachen erstmal etabliert haben. Wir hatten vorhin im Kontext der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung vor allem einen Punkt, die enorme Einseitigkeit, die dort anscheinend besteht in der Berichterstattung. Wie sieht es hier aus? Es gibt ja wild gewordene Extremisten, haben Sie gerade gesagt. Gibt es Links, Rechts, Religiöse und so weiter. Bestätigt sich in Ihrer Praxis der Eindruck, dass es insbesondere einen Teil des politischen Spektrums betrifft, nämlich den, den man gemeint als rechts bezeichnet? Oder sind auch schon Linke auf Sie zugekommen, Grüne auf Sie zugekommen, die betroffen waren von Sperren? Ich habe Mandanten aus der Linkspartei und von den Grünen, aber nicht in diesem Kontext. Ich kann das nicht repräsentativ beantworten. Und es gibt die Wall of Shame, wo man seine Sperrungen oder Sachen, die nicht gesperrt wurden, hochladen kann. Und da, und auch bei dem, was ich an Fällen erfahre, ist die Tendenz relativ klar, dass eher konservative Inhalte Opfer dieser Sachen sind. Also Antifa-Sachen, auch mit klaren Aufrufen zur Gewalt, laufen da durch. Übelster Antisemitismus, widerwärtigster Antisemitismus läuft da auch sehr oft durch. Ein Beispiel, ein Foto und da drüber steht, so möchte ich jüdische Mädchen aufreißen. Und dann ist eine Schaufel mit Asche. Mir wird fast übel, wenn ich mir vorstelle, dass dann noch jemand schreibt, verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Das ist Facebook, das kann man auf der Wall of Shame sehen. Das ist auch nicht das einzige Beispiel. Abgeschnittene Hälse, verstößt nicht gegen die Gemeinschaftsstandards. Es ist endlos. Und das ist schon abenteuerlich. Aber wenn man Namen von Konservativen oder Rechten nennt, werden die Namen exekutiert. Die sollen aus der Gegenwart, die sollen nicht mehr existieren. Oder auch migrationskritische Stimmen, natürlich massenhaft. Flüchtling ist für Facebook eine geschützte Eigenschaft. Ich finde, jeder Mensch verdient den gleichen Schutz. Und man hat keinen höheren Schutz, weil man eine bestimmte Vita und Historie hat. Ob man schwarz ist oder grün oder gelb oder weiß oder braun, ist vollkommen piepegal. Jeder Mensch ist gleich. Muss man das noch erklären? Wieso haben dann bestimmte Gruppen ein höheres Schutzniveau bei Facebook? Gibt es ja gar nicht. Aber die Löschungen sind, die ich erfahre, die nicht repräsentativ sind, sind klar in eine, also Regierungskritik oder regierungskritische Stimmen, migrationspolitik kritische Stimmen, sind sehr, sehr oft Opfer. Manchmal allerdings kommen da auch Leute an, da sage ich, Junge, du wurdest da nur wirklich zurechtgesperrt. Das hast du auch nicht anders verdient. Manchmal fasse ich mich an den Kopf, mit was Leute ankommen und denken, ich würde mich dafür einsetzen und diesen Müll auch noch wieder freischalten. Das gibt es allerdings auch. Ja, allerdings all das, insbesondere was Sie davor gerade geschildert haben, reiht sich ein in so eine Art Gesamtbild. Ob das jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien sind, ob das auf Facebook ist oder ob das beispielsweise auch jetzt Forderungen sind, die laut werden, man möge sowas wie Gänsefüßchen-Klimaleugnung unter Strafe stellen. Ist da die Meinungsfreiheit im Allgemeinen nicht allmählich in Gefahr? Nicht, wenn Sie Carsten Müller von der CDU fragen. Als ich als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Bundestages zum NetzDG mich geäußert habe und auch diese Fälle geschildert habe, hat er ein bisschen gebrummt und gemurrt und hat sich am nächsten Tag ins Plenum gestellt und gesagt, das NetzDG, ein gutes Gesetz, das kann man aber auch noch besser machen. Und dann hat er sich auf den Standpunkt gestellt, die Meinungsfreiheit bei uns ist nun wirklich nicht in Gefahr. Wenn man sich die Beispiele dann anschaut, dass ARD-Serien als Hassrede gelöscht werden, ist das eine Meinung, die er vermutlich exklusiv hat. Ein ganz entscheidender Punkt, der noch stärker in diesen Themenkomplex eingreift, ist das Institut des Faktencheckers. Korrektiv tut sich da ja besonders hervor. Und für Tichis Einblick führen wir ja mit dem Fonds Meinungsfreiheit im Netz, der solche Verfahren übernimmt und finanziert einen Prozess gegen Korrektiv. Die Begründung ist sehr interessant. Das Gericht attestiert nämlich Eingriffe in die Grundrechte von Tichy durch diesen Tag Faktenchecker haben festgestellt falsch. Dann wird die Werbereichweite und die Reichweite um 80 Prozent runtergefahren. Das ist praktisch so, als wenn man einem Magazin die Auflage wegnimmt, weil ein Faktenchecker diese Meinung vertritt. Das Gericht sagt Eingriffe in die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Eingriffe in Artikel 12, also das Recht am Unternehmen. Aber das sei erlaubt, weil das Bekämpfen von Echokammern und Filterblasen ganz wichtig sei. Es sagt noch dazu, dass seien beides Meinungsäußerungen. Bei Tichy, es ging da um Wissenschaftler und Klimawandel. Und auch, dass von Korrektiv sei eine Meinung. Und da wird es interessant. Das Gericht billigt einer Meinung. Faktenchecker sollten Fakten checken und nicht eine Meinung haben, sondern es stimmt die Tatsache, 7000 Laster oder Sakreis sind in China umgefallen oder waren es nur 5000, dann ist die Tatsache falsch. Hier geht es aber auch nach Meinung des Gerichts um eine Meinung. Und die sagen wirklich in dem Urteil, die Meinung von Korrektiv hat hier Vorrang. Wie bitte? Wir haben Meinungsfreiheit. Und das Verfassungsgericht sagt, man kann den größten Blödsinn meinen, schädliche Meinungen, unsinnige Meinungen, alles steht unter dem völlig einschränkungslosen Schutz, es sei denn, es ist eine Schmähkritik oder eine Beleidigung. Und wenn man sagt, 500 Wissenschaftler haben dies und das und jenes geschrieben und das ist eine Meinung, Meinung des Gerichts, und eine andere Meinung hat Vorrang, dann ist das ein elementarer Eingriff in verfassungsmäßige Grundrechte. Und darum freue ich mich schon sehr auf die zweite Instanz. Aber das läuft da. Bei Facebook hat einer eine Meinung, dessen Meinung ist wichtiger als die Meinung des anderen. Und mit diesem Instrument kann die Meinung eliminiert werden oder fast die Verbreitung eingestellt und auf eine ganz niedrige Zahl runtergedrückt werden. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Nicht der einzige, von dem wir heute hier erfahren haben. Umso wichtiger, dass wir darüber berichten und dass wir darüber aufklären und natürlich auch Sie, liebe Zuschauer, darüber aufklären, was Sie dagegen tun können. Das eine sind Aktionen, die man gegen dergleichen tun kann. Das andere ist vielleicht ebenso wichtig, nämlich unabhängige Medien wie die Junge Freiheit zu fördern. Das können Sie tun durch eine Spende auf unser Spendenkonto. Den Link dazu, das geht ganz einfach per PayPal, finden Sie gleich hier in der Videobeschreibung auf YouTube. Herr Steinhöfel, ich danke Ihnen für Ihren Besuch, für das sehr informative Gespräch. Alles Gute weiterhin und auf Wiedersehen. Danke für die Einladung. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende. JFTV – ein Angebot der jungen Freiheit. Ihrer Wochenzeitung für Debatte. JFTV – ein virtuelles Aktuell. Dopyi bitte. JFTV – ein